Hallo hier ist Naruto1986, herzlich willkommen zu Shadow of the Tomb Raider Part 97 jetzt machen wir da weiter wo wir auch Aufgaben haben, let's go und ja mhm, oh yeah ja, ist wieder ab hier, habe ich mir fast gedacht wir dürfen sie alle noch mal erneut killen wie schon gesagt, zack, Leute wie schon gesagt ich habe gesagt, wenn ich sie noch mal neu killen muss, besser, dann haben wir noch mal wissen, noch ein bisschen was dafür diese Tunnel wurden ganz sicher von den Kreaturen gebaut, was haben wir uns nur gedacht ich muss mir die Typen hier strategisch wegholen das mache ich auch unsere glücklichen Köpfe haben es nicht geschafft und sind dabei gestorben wir können nicht aufgeben, sie müssen etwas übersehen haben dann werden wir, der den Zauberwürfel zerlegen muss, um ihn zu lösen ich weiß nicht wo ist der Typ wo ist der Typ der Typ hat wenn in die welcher oh das war knapp weißt du das noch eine wasserleiche so damit haben wir jetzt noch eine wasserleiche okay so haben wir jetzt den habe ich jetzt so weg geholt ohne aufziehen zu erregen so so So, ich wollte gleich noch was suchen, so. Ach so, schade, dass wir die nicht mehr bekommen, das ist schade gerade. Naja, egal. Hauptsache, die Dinger hab ich jetzt sofort... Äh, warte. Wir können nirgendwo hin. Hä? Wir können nirgendwo hin. Wow, da hinten sind drei Leute. Das darf echt nicht wahr sein, Alter. Da drüben drei Leute. Das war's. Wir sind tot. Ja, das reicht. Ihr seid auch tot. Ich frag mich mal, was das andere dann hier hinten dran ist für ihn. Ich weiß nicht, wie ich das andere da vollkriege. Das war's. Wir sind tot. Das war's. Wir sind tot. Wo ist der Trottel? Wo ist der Trottel? Ach, der ist da hinten. Alles gleich. Hab ich ihn erst gerade gesehen, Alter. Was soll das? Ich hab mich schon gehört. Wo ist der? Das war's. Wir sind tot. Oh, Junge, da hast du echt recht. Ihr seid wirklich tot. Das war's. Ich hab's. Ich hab's. Das war's. Ich hab's. Ach du. Oh yeah. Ah, I think they're trying to get better, I think. We can't go anywhere. Hm. Hm. Ah, it's... Ach, Scheiße. Ich seh mich lieber mal um. Scheiße! And am Boden! Verstanden. Ist vermerkt. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Ja. Wir nach. Sichert nach allen Seiten. Okay. Legen wir los. Oh yeah. Das ist ja echt... Warte. So. So. Nee, leider nicht. Ey, leider, das klappt doch super gerade. Entschuldigung, dass ich gerade viel geredet habe jetzt, aber... Ich hab mich ja ein bisschen kurz drehen müssen, aber... Das klappt doch sehr gut gerade eben. Du kannst dich nicht lange verstecken. Wir brauchen den Weg. Wir brauchen den Weg. Pfff. 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 Und hab dich. Tja. Hätte ich nicht mitgerechnet, gell? Lautlos Kill. Tja. Dann hätte ich nicht mitgerechnet. Schade, gell? Tja. Das war gerade mal. Hammer. Okay. Das ist auch voll. Das hat jetzt wieder ins Wasser geklappt, als wie zu gestern. Die ganze Zeit erwischen zu lassen, aber davor wollte ich sie ein paar Mal ins Wasser ziehen. Das war ja auch alles, was ich machen wollte damit. Mhm. Guck mal, was... Guck mal, was passiert. Komm schon. Oh-oh. Die sind doch des Wahnsinns. Ich muss den Kopf einziehen. Hm. Gut. Dann werde ich jetzt für den Partys unseren nächsten Partnieter. Und... Schreibt mir bitte in die Kommentare. Da ist mich sehr drauf freuen. Danke dann. Bis gleich. Tschüss.